So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Ich habe heute keinen guten Tag. Fängt schon gut an, der Tag ist jetzt 1.30 Uhr morgens. Pillow soll ich um diese Uhrzeit nicht mehr aufnehmen. Also wenn ich um diese Uhrzeit aufnehme, verkacke ich irgendwie alles. Wobei eben gerade war ein schönes Team hinter mir her. Direkt von Anfang an ein Zielsucher und ein Ungeheuer haben zusammengearbeitet. Die haben sich auch schön direkt am Anfang... Oh, ich bin Jäger geworden, das ist natürlich nicht so gut. Haben sich direkt am Anfang auch in meine Versuche gestellt, Bäume abzubauen. Und dann hatte ich natürlich nichts, wollte fliehen. Habe es gerade noch so geschafft, dem Ungeheuer so weit auszuweichen, dass ich noch ein Herz hatte. Und dann sammle ich drei Speedblöcke ein hintereinander und bin langsamer als der Zielsucher. In welcher Welt ist das bitte gerecht? Ich weiß, es geht hier in diesem Spiel nicht um Gerechtigkeit, aber man sollte doch ein Spiel so machen, dass jeder gegen alles irgendwie eine Chance hat. Und wenn ich einen Speedblock einsammle, dann erwarte ich, dass ich schneller bin als einer, der keinen Speedblock eingesammelt hat. Wofür sammle ich den denn ein? Dann kann ich auch stehen bleiben und gegen, hör auf, das abzubauen. Oh, diese Hurensohnen-Moves, ne? Es ist wirklich schlimm geworden. Ich weiß nicht, was Froschi da macht, aber er macht irgendwas. Also es ist wirklich richtig schlimm geworden hier mit diesen Kleinkindermoves. Aber es gibt glaube ich nichts, was sie dagegen machen könnten. Aber Knockback ist natürlich das, was ich brauche. Als Skorpion kann man Knockback glaube ich gut gebrauchen. Waren wir Knockback cool. Aber naja. Versuchen wir mal die Kiste da noch zu looten und dann sehen wir mal, was noch so passiert. Warten sind zwei Spieler. Zwei Barbaren, wie es aussieht. Na na, siehst du wohl sterben? Dankeschön. So. Was für ein Kit wäre ich nochmal? Jäger, ne? Also richtig schlechtes, das mir überhaupt nichts bringt. Ich muss dringend was essen. Ich weiß, dass ich einen Apfel gerade esse. Aber ich habe auch nicht viel mehr. Ich bin ein Jäger und ich habe nichts zu essen. Ich fasse es ja nicht. Äh, Eisenhelm. Ich hätte mir einen Goldhelm machen sollen. Egal. Machen wir uns noch einen Goldbrustpanzer. So. Ich habe gerade meine Hose weggeworfen. Das war nicht so schlau. Aber die kriege ich direkt wieder, weil ich das alles auch noch sehr schlau weggeworfen habe. Alles. Alles, alles. So. Und den hat er auch keinen Dias wert. Ich habe ein bisschen viel Hunger. Also mein Charakter. Also ich jetzt nicht. Ich habe gut gegessen. Aber mein Charakter hat leider Hunger. Froschi HD. Den muss ich mir nochmal genauer angucken. Und ich brauche ein paar Viecher. Zum Essen. Also erst zum Töten, dann zum Essen. Oh, das ist nice. Ein Bogen ist schon mal eine... Oh. Na komm. Wow, der kombot mich. Wow, wow, wow. Der hat mich gut gekombot. Also muss man schon sagen. Äh, ich muss was essen. Und dann kann ich mich freuen, dass er nicht auf mich zukommt. Ich kann mir ein Diaschwert machen. Das ist gut. Weil ich habe ja nur Scheiße aus meiner Verzauberung rausgekriegt. Diaschwert, Diaschwert, Diaschwert. Diaschwert, Diaschwert, Diaschwert. So. Das kann weg. Ich kann mir eine Eisenhose noch machen. Ich weiß, dass ich gerade wieder richtig geil crafte. So wie jedes Mal. Äh, Pernose. Dass ich immer so viel Pech habe beim Wegwerfen, wenn das immer alles wiederkommt. So, so, so. Gegner ist weit weg. Ich muss eigentlich auch noch was essen. Hier, das Eisenschwert könnt ihr auch behalten. Oh. Neun Eis... Oh. Dankeschön. Äh, da bedanke ich mich jetzt mal nicht öffentlich im Chat. Ich weiß, dass da einer genau vor mir steht gleich. Poison of Po... Potion of Poison. Okay. Scheiße, ich habe mich selber vergiftet. Das war jetzt nicht so schlau. Holy fucker, Roni. Ich habe gewonnen. Und ich habe einen Goldapfel. Oh, wie jedes. Oh, wie jedes. Ich weiß, dass wie jedes keinen Sinn macht, aber... Oh, yes. Ich weiß auch nicht, was ich gerade in die Lava geworfen habe, aber ist auch egal. Ich habe einen verfluchten Goldapfel durch ihn gekriegt. Oh. Gegner? Kommt der da runter? Na, oben ist er. Ich habe leider keine Pfeile. Hallo. Hallo. Ich sehe dich wohl. Hallo, hier unten. Hallo. Oh, okay. Oh, ein Diaboss-Panzer. Noch einer. Dann brauche ich auch zwei. Dass ich immer, wenn ich einen Diaboss-Panzer kriege, direkt noch einen zweiten hinterherkriege. Das ist interessant auf jeden Fall. So, Froschi HDH Libra und... Oh, cool. Das ist natürlich besser als gar nichts. Es riecht mir gerade schon wieder. Das finde ich nervig. Oh, komm mal her, Schweinchen. Ich brauche mal eben deine Erfahrungspunkte. So, er wurde von Libra getötet. Natürlich cool. Weil das heißt, es ist jetzt das Finale, meine Freunde. Finale. Wow, Finale. Wow. Ich habe noch die zwei Herzen vom Goldapfel. Zwei Herzen mehr ist natürlich besser als zwei Herzen weniger. Das Problemchen ist halt, dass ich nur ein bisschen Fleisch habe. Oh, ja geil. Aua. Ja geil. Aua. Aua. Wie gemein. Liegt hier ein bisschen guter Stuff? Nein. Ich liege jetzt gerade unten gut in der Höhle zum Abschuss bereit. Das ist natürlich nicht so geil. Den Apfel nochmal. Ich habe natürlich jetzt das Problem... ...dass ich hier ein bisschen auf dem Präsentierteller liege. War dann guter Wurf hier. Gut. Gut, machen wir uns noch ein Goldäpfelchen. Für die Milch. So. Wieso rennt der schon wieder weg? Ich hasse es, wenn die wegrennen. Muss ich wirklich gestehen. Ups. Das war kein guter Wurf. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich bin so blöd, ne? Ich habe die Schlucht nicht gesehen. Muss ich wirklich gestehen? Ich habe das nicht gesehen, dass die Schlucht da kommt. Aua. Na, esse ich noch nicht. Doch, esse ich wohl. Scheiße, bin ich bräsig. Manchmal habe ich wirklich nicht so das Können. Oh, GG. Und dann habe ich wieder das Können. Hä? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Warum er nicht damit gerechnet hat, dass ich auf ihn zukomme. Aber ich habe ihn gekillt. Ey, dass ich da so in die Höhle gefallen bin, ne? Ein tiefer Sturz, echt. Oh, jetzt seht ihr wieder gar nichts, weil ich wieder in der Höhle rumstehe. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.